Musik Tierparks sind langweilig, das sagt zumindest mein Freundeskreis. Ob das stimmt, den geben wir heute auf den Grund. Ich treffe mich heute im Tierpark Wismar mit ein paar Tierpflegern und mit der Verwaltung und schaue mir alles hinter den Kulissen an und wie so ein Tierpark überhaupt funktioniert. Der Tierpark in Wismar zählt zu einem der größten Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern. Hier gibt es 50 verschiedene Tierarten, ca. 300 Tiere insgesamt und seit kurzem finden sich auch ein paar exotische Tiere wie Luchse, Alpakas und Nandus vor Ort. Doch wer pflegt diese und vor allem wie? Ich treffe mich mit Ronny Schulz. Er ist gelernter Landwirt und hatte in seiner Vergangenheit 7000 Hühner in seiner Obhut. Heute ist er Tierpfleger im Tierpark Wismar, kümmert sich um die Katters und Vögel. Und erzählt mir, welche Arbeiten im Tierpark zu verrichten sind. Auf dem Weg zum Kattersgehege erzählt er mir, dass die Arbeit als Tierpfleger durchaus entspannt sein kann. Es ist 10.30 Uhr. Ronny beginnt das Kattergehege zu reinigen. Heute steht nicht viel an. Natürlich benötigt es auch einen Blick auf die Katters selbst, ob diese gesund sind oder andersweitige Bedürfnisse haben. Katters sind Lemuren, die aus Madagaskar stammen. Sie sind Allesfresser und haben nur geringfügig Scheu vom Menschen. Was machen Sie da jetzt genau? Ja, ich mache jetzt ein bisschen sauber, was Sie so fallen gelassen haben, ihr Kot, damit es immer ein bisschen frisch aussieht. Wir hoffen, dass irgendwann die Paarung losgeht, dass Sie ihn akzeptieren. Also Sie stoßen ihn jetzt noch erstmal ab? Noch jahren sind sie durch die Gegend. Okay. Die rangeln dann so richtig? Richtig. Das kann noch richtig ein bisschen Blut laufen. Nachdem Ronny das Gehege gereinigt hat, macht er sich auf den Weg zu seiner nächsten Station, der Bootstätte für Vögel. Ich begleite ihn dorthin und er erzählt mir, dass dort sich frisch ausgeschlüpfte Küken befinden, die regelmäßig gefüttert und versorgt werden müssen. Etwa acht Küken pro Kleingehege schlüpfen aus ihren Eiern. Weggegeben werden fast keine, sondern weiterhin gepflegt und großgezogen. Gut, die erste Ladung ist hier frisch drin. Bringen Sie die quasi hier rein? Dann bringen Sie wieder rüber, genau. Erstmal ist das für die Besucher, damit Sie sehen können, wie sich so ein Ei selber aufplatzt oder wie sie schlüpfen. Und die Hühnerteiler machen es auch nicht. Machen wir nicht? Nein. Das passt jetzt. Das passt jetzt. Das passt jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ist ein kleiner Hengst, der muss extra, sonst geht das gegen den Baum. Und da haben wir noch zwei Esel. Eine Sieg und ein Sieg. Der ist hier drin. Bei ihm freut man sich, wenn sie kommen. Dann kommt er mir angelaufen und dann macht er es mal krass. Die sind nicht menschenscheu? Nee. Und er sowieso nicht. Er ist ein ganz lieb. Er ist so auf der Art. Und dann habe ich gesehen, Sie haben ja auch noch so einen chinesischen Maskenschwein. Die sind hier. Und die Kleinen sind, glaube ich, gerade beim Besen. Sie haben noch sieben kleine. Drei Mädels und vier Jungs. Da, da, da kommt der Erste. Die sind alle nämlich draus jetzt. Der Erste? Ja, jetzt versuchen sie immer so ein bisschen zu gucken. Die Gegenswirkunden. Christian gibt mir eine Box mit Wildfutter in die Hand. Die Aufgabe, sich mit den Tieren vertraut machen. Ich bemerke, dass die Ziegen doch etwas bockig sind und riesen Kulldampf haben. Währenddessen aber frage ich mich, wer plant den gesamten Ablauf? Und wer kümmert sich um die Finanzen des Tierparks? Dazu treffe ich mich mit Herrn Michael Werner. Er ist der Parkdirektor und kümmert sich um den organisatorischen Ablauf. Er erzählt mir, wie vielseitig die Arbeit in der Verwaltung ist. Ja, also die Tierparkverwaltung. Wir sind insgesamt zweieinhalb Mitarbeiter in der Tierparkverwaltung. Da ist es vorrangig, sind das natürlich organisatorische Aufgaben. Damit letztendlich sichergestellt ist, ich will mal so sagen, dass sich nicht nur die Tiere wohlfühlen, sondern vor allem natürlich auch die Besucher. Und dass der Alltag im allgemeinen Grund funktioniert. Und dass letztendlich, und das ist nicht das Unwichtigste, das am Jahresende auch die Finanz- also meine Kollegin, die sich schon kennengelernt haben, die macht vorrangig die ganze Ausweitsführung. Das Marketing, also mit Werbung, da kommen wir dran, auch die Veranstaltung. Die dritte Kollegin, die ist aber auch schon halb im Kassendienst eingesetzt, die macht dann die sogenannte Betreuung der Mitarbeiter, die wir hier überlegen, den sogenannten dritten Arbeitsmarkt bekommen. Die bekommen, also die nennen wir zusätzliche Arbeitskräfte, die auf der Basis von einem Euro oder von Beschäftigungsprogrammen hier im Tierpark tätig sind. Da ist auch eine Menge Verwaltungsaufwand, das läuft man gar nicht, um das alles auch dann fördermittelmäßig abrechnen zu können. Mein Fazit, ein Wochenausflug in den Tierpark ist eine gute Wahl. Für die ganze Familie. Und wie das hinter den Kulissen funktioniert, wissen wir nun auch. Vielleicht sieht man sich. Ich höre, dass die Spezien- und Steven